Was würde passieren, wenn sich die Erde für eine Sekunde aufhören würde zu drehen? Danke an Emil, der mir diese spannende Frage auf Instagram gestellt hat. Und wenn auch du mir mal eine Nachricht schreiben möchtest, dann folg mir doch am besten auch da. Aber jetzt zur Frage. Kleine Trigger Warning vorab, denn es wird heftig. Denn würde die Erde auch nur für eine Sekunde aufhören, sich zu drehen, wäre das wahrscheinlich das Schlimmste, was jemals passiert ist. Am Äquator dreht sich die Erde mit sage und schreibe 1670 Kilometern pro Stunde. Würde die Erde also abrupt stoppen, würde alles, was nicht absolut nid- und nagelfest ist, mit dieser Geschwindigkeit gen Osten geschleudert werden. Es würden einfach alle Menschen sofort beim Aufprall sterben. Doch es gibt noch eine Möglichkeit, wie du überleben könntest. Würdest du am Nord- oder Südpol des Planeten stehen, dann würde dich das abrupte Stoppen nicht so hart überraschen, denn dort ist die Rotationsgeschwindigkeit der Erde 0 kmh. Aber selbst wenn du es schaffen würdest zu überleben, wärst du krassen Tsunamis und Erdbeben ausgesetzt, die einfach deine komplette Umgebung und Lebensgrundlage zerstören würden. Doch dass die Erde einfach so aufhört, sich zu drehen, ist zum Glück komplett unmöglich, deswegen kein Grund zur Panik. Wenn du das interessant fandest, dann mach das Herz rot und das Plus weg.